Was uns DIN Connect gebracht hat, das ist auf jeden Fall die Verbindung auch durchaus Akquise neuer Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten und auch das DIN Connect Programm hat uns auch einige Sichtbarkeit und auch etwas Seriosität eingehaucht. Wir werben natürlich auch mit dem DIN DKE Logo auf der Homepage und auf dem Stand bei den Messen und so weiter. Also da spielen wir auch in alle Richtungen weiter und das hilft uns dabei auch.